Liebe Freunde, liebe Shinichi-Helden und Heldinnen, liebe Gäste, herzlich willkommen zum Shinichi-Charity-Battle 2012, einer ganz besonderen Veranstaltung. Shinichi-Battle, kämpfen zu können, heißt nicht mehr kämpfen zu müssen. Krieger kämpfen für, für das Leben. Und heute kämpfen wir für das Leben der Straßenkrieg der Krakuta. Und dafür danke ich euch, die heute da seid, um das zu bestützen. Applaus für euch! Applaus So we're going to handle the fighters out here tonight. We got to encourage them out here tonight. Come on, everybody. Let's handle it. Let's handle it. Let's handle it. Come on. Let's handle it. Check it out now. Come on. Yeah, yeah. Come on. Come on. Hit it. Jesus Christ. Come on. I don't want to be in the middle, baby. I don't want to be in the middle, baby. Check, 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 check it out. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Aber ich bin da, ich bin da, ich bin da.